So, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und man sieht sich hoffentlich für das nächste Mal. Alle auf dann! Tschüss! Sayonara! Dann drehen wir mal wieder. Also nächstes Wochenend ist Cap bei uns. Du geht's nicht. Dann können wir doch trotzdem mal am Sonntag was machen, oder? Ich bin ja nur Samstag. Ich bin da auf die Caps. Das ganze Wochenende. Typisch Stadtkinder, ey. Ich geh immer nur da auf die Caps. Nein, das ganze Wochenende. Und was machen ihr denn die ganze Woche? Ich trinke und Leute treffe, erzähle. Aber das reicht auch, wenn du nicht da geht. Montags ist Feierwerk. Sonntags ist Umzug und Kabarett. Okay, nächste Wochenend geht nicht. Wie sieht's in der Wocheend drauf aus? Du hast keinem Kumpeldorf. Ja. Und das Wochenend drauf geht auch nicht. Du hast auch keinem Kumpeldorf. Kumpeldorf, ja. Das geht euch ja ernst. Dann kommt Huschelbach. Ja. Also der Monat ist echt verplant. Gut zu Hause kommt noch. Ja. Ja, stimmt. Was ist das? Eimer zu Bäck haben wir noch. Das ist halt ein bisschen weiter, wo du hier labern. Mhm. Die Caps wird gelaufen. Ja. Eimer zu Bäck. Ja, hey. Wo bleibst du denn? Jo, sau nervig. Mein Bus kommt echt in 15 Minuten. Dann bin ich echt in so einer halben Stunde doof. Dein Bus? Auf die Carpet gelaufen. 15 Minuten. Oh. Arme Stadtkind. Muss ich mal auf dem Land wohnen, ne? Bei uns geht der Bus. Was weiß ich. Hast du Glück, wenn der alle Stunden kommt? Oh Leute, was weiß ich. Ey, die Weisheit hat so nimmgehauen. Hast du doch eine Annie getrunken? Ist das normal? Das ist so heftig viel gewesen irgendwie. Ich kenn das nur so halb halb oder so. Aber da war nur kaum Wasser drin. Du kennst doch die Mischung. Vier Finger hoch, vier Finger breit. Es war zu viel. Es ist der Teil. Fienz hier. Und da das Video sonst ein bisschen zu kurz ist, genießen Sie nun die Top 10 felsischen Schimpfwörter. Sturer Mensch. Dolbohrer. Blöder Mensch. Wäschlumpe. Unsympathischer Mensch. Affezippel. Dummer Mensch. Deppschädel. Verrückte, hysterische Frau. Nerichikluck. Schlaumeier. Schlabiner. Fahriger Mensch. Schussel. Nervöser Mensch. Nerveses Hinkel. Ungeschickter Mensch. Doppels. Angeber. Fertzbeile. So. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann... Geben uns den Daumen und den Ohren. Lassen euer Senf, du. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bist du hin? Und... Alla botten! Jo. 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 Jo.